Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lade Sie ein, hier mit uns am PSA Speaker's Corner zu diskutieren. Wir wollen Ihnen nicht nur etwas erzählen, was unsere Bezeugung ist als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, sondern wir wollen hören, was Sie zu sagen haben. Wenn man zum Beispiel den Kindern ermöglicht, mit zehn Jahren, sage ich jetzt meiner Meinung altersmäßig mit zehn Jahren, eine Demokratiestunde in die Schulen einzuführen, wo die Kinder, ohne dass die Lehrer sich einmischt, über ihre Lebenserfahrungen, über ihre Politik, so genannte Politik, reden dürfen, dann einerseits steigen sie da auch mit, sie reden mit und haben es dann vielleicht später keine Angst, den Lehrer oder den Eltern zu fragen, wieso das oder das. Für mich ist das brennendste Problem die Arbeitslosigkeit und ich glaube, dass das die wichtigste Aufgabe der kommenden Regierung sein wird, hier anzusetzen, um die Umverteilung richtig zu starten. Jeden Tag steht in der Zeitung drin, wir suchen Akademiker, wir suchen ausgebildete Pädagogen, wir brauchen Freizeitpädagogen und dann ist der Platz nicht da, damit man das auch studieren kann, weil ohne der Ausbildung wirst du heute nicht mehr genommen. Bei mir ist das Problem, dass ich jetzt langjährig Deutsch als Problem habe, als Problemfach. Ich wäre lieber auch in der Unterstufe, also hätte ich lieber die Fünfer bekommen, als jetzt in der Oberstufe, wo ich jetzt das Problem damit zu kämpfen habe, dass ich hier nicht repetiere und so weiter. Was wichtig ist, ist mehr Autonomie an die Schule, dass ich die auch besser in dem Bildungsdickicht halt das für sie Optimale heraussuchen kann. Aber das Problem ist ja, dass ein Schüler jetzt mit zum Beispiel mit elf Jahren oder sowas so eine Entscheidung ja nicht festlegen kann. Erstens glaube ich, dass junge Leute an sich viel mehr wissen über sich und was sie wollen, als die Alten immer glauben. Andererseits, trotzdem, ich bin für ein System, wo man sich nicht mit zehn und entscheiden muss, in welche Schule gehe ich, sondern mit 14, wenn nicht überhaupt später. Bis jetzt!